Hallöchen! Hi, aus meinem kleinen Gäste-WC. Klo. Klo kann man es auch nennen. Wir haben uns neulich überlegt, als Ange ihren großen Pilz geerntet hat, ob man denen beim Wachsen zuschauen kann. Und naja, heute habe ich nur fünf Stunden Zeit, weil ich dann zur Nachtschicht muss. Aber wir haben hier jetzt eine Konstruktion aufgebaut, Pilze, gleichmäßiges Licht und Osmo Pocket und wollen jetzt mal fünf Stunden Zeitraffer machen, was sich in diesen fünf Stunden tut. Nach diesen fünf Stunden schaue ich mir das natürlich an und wenn das Ergebnis nur annähernd irgendwie so war, wie ich mir das vorstelle, könnte ich mir vorstellen, dass ich die Kamera auch einfach hier lasse und wir lassen die mal 24 Stunden laufen. Das wäre glaube ich sinnvoller, weil ich weiß nicht so genau, ob der in fünf Stunden, ob man da so viel sieht, ehrlich gesagt. Wir werden sehen. Wie gesagt, ist jetzt quasi das erste Experiment und gleichzeitig auch wieder ein Video aus der Reihe. Kein Daily Vlog. Na ja, dann schauen wir mal, was der Pilz so macht bzw. die Pilze. Eigentlich sind es drei kleine, also ein großer, ein etwas verkrüppelter und daneben kommt ein ganz ganz kleiner. Ja, wir schauen mal. Wie gesagt, ich habe ja gedacht, die kommen alle mehr so zusammen, aber sie kommen so nacheinander. Immer mal eins, zwei Pilze. Ja, aber die letzten zwei waren riesig und ja, schauen wir mal. Gut, also seid gespannt. Ja gut, äh, wir haben jetzt auch gedacht, man sieht da vielleicht schon mehr, aber nein. Ich habe mir das schon gedacht. Es ist halt so wenig Zeit, so ein Pilz. Der braucht ja schon so drei, vier Tage, bis der, bis der halt so ein bisschen wächst. Ich meine, der wächst schon, aber der halb von vier, fünf Stunden ist halt so knapp. Wenn man so ganz ganz genau hinschaut und sich die Kante anschaut, so im Hintergrund, dann kann man schon sehen, wie der wächst so ein bisschen. Langsam. Ja. Aber das ist halt nicht viel. Leider kann man den Osmo Pocket nicht länger als fünf Stunden einstellen. Ja, das ist schade. Sonst hätte ich gesagt, so ja, machen wir direkt mal länger. Jetzt, ähm, weiß nicht, war das ein Fail? Nein, eigentlich war es kein Fail. Also wir sehen, wie der Pilz wächst. Er wächst halt sehr, sehr langsam. Ja. Ja. Ja, so. Ich werde jetzt zu Hause irgendwann mal checken, ob vielleicht meine alte GoPro, äh, ob die bei einem Zeitraffer, ob die das länger macht, was da für Einstellungen gelten, muss ich mal schauen. Wenn das der Fall sein sollte, dass es da länger geht, dann, äh, wiederholen wir das auf jeden Fall. Ähm, so haben wir jetzt heute auf jeden Fall... Es war auf jeden Fall mal ein Versuch. Es war ein Versuch. Ein Feldversuch, nennen wir es mal. Genau. Feldversuch Nummer eins, Champignon wachsen lassen. Ja. Also... Achsen tun sie auf jeden Fall. Der wird auch noch groß. Ich meine, zwei Stück, die, die ich da geerntet habe, das waren ja zwei Riesenchampillons. Also für die Leute, die sich jetzt nochmal für die Einstellungen interessieren, das war jetzt alle 60, äh, Sekunden ein Bild und das halt quasi fünf Stunden lang. Wie gesagt, ich schätze mal, zwei, drei Tage müsste man es laufen lassen, damit man auch richtig gut sehen kann, so einen richtig geilen Effekt hätte, ja. Äh, wie der kleine Pilz zu einem richtig schönen, großen, erntefähigen Riesenchampillon quasi wird. Ja. Ähm, der hat ungefähr 160 Gramm gewogen, also um sich das mal vorzustellen, wie groß so ein Pilz ist. Mhm. In so einem Päckchen sind 500 Gramm, die du so kaufst im Laden. Also es war schon richtig schwerer und großer Pilz. Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht können wir es ja nochmal machen, ansonsten lassen wir uns irgendwas anderes einfallen. Das soll es aber für heute gewesen sein, ein kurzes Video, äh, mit einer kurzen Timelapse. Hm, naja, gut. Wir sehen uns, äh, morgen wieder zu einem neuen Video mit einem neuen Versuch, wer weiß, was kommen wird. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.